Einhörner und Zelte, wie kann man das in Verbindung bringen? Sehr einfach, indem man eine gute Marke nimmt, nämlich die Firma Schleich. Wir haben die Lizenz gekauft von der Firma Schleich für ihre Marken Bayala, für die Dinosaurier, für Horse Club Pferde und für die Farm World Artikel. Und das setzt man dann so um, man nimmt ein hübsches Design, druckt das auf unsere schönen Pop-Up Zelte zusammen mit einer Spielmatte und ergänzt das zu einem Set. Wenn man da jetzt ein Kind reinsetzt, wie gehen die damit um, wenn die da jetzt ein Zelt haben und diese Pferde? Die spielen zusammen auf dieser Matte, auf diesem schönen Teppich mit den Tieren. Das simuliert praktisch die Landschaft, auf der er gespielt wird. Genau, es ist ein Rollenspiel für kleine Mädchen. Die freuen sich, dass sie hier eine Umgebung haben, in der sie mit den Schleichtieren spielen können. Die Idee mit diesen Zelten, die habe ich eigentlich nur so bei euch gesehen. Was steckt da so dahinter? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wir wollten aus dem normalen Spielzelt eine Spielwelt machen. Wir haben weiterentwickelt ein normales Zelt mit Accessories wie diesen Schleichartikeln oder auch mit Licht und möchten den Kindern eben eine kleine Spielwelt bieten, dass sie nicht nur alleine ein Zelt haben, sondern gleich weitere Spielartikel dazu. Gibt es auch noch männlichere Themen? Natürlich, natürlich. Das ist unser Artikel für die kleinen Mädchen. Und für die Jungen haben wir hier im Kleinformat auf der Messe die Dinosaurier. Das ist auch ein Dauerbrenner. Kleine Buben lieben Dinos. Du hast ein Dinozelt mit einem Spielteppich und die kleinen Buben haben dann eine Welt, in der sie spielen können und mit ihren Dinos auf der Spielmatte sich austoben können. Aber in das Zelt kann man jetzt weniger reinkriegen, oder? Genau, das ist nur der Dummy für die Messe und geliefert wird natürlich in der richtigen Größe. Wenn jetzt die Jungs mit den Dinosauriern zu den Mädchen rübergehen, dann wird es heiß im Zelt, oder? Genau, dann gibt es einen großen Spaß. Okay, in dem Sinne, schöne Messe. Ich danke Ihnen, hat mich sehr gefreut. Danke Ihnen.